werden kann und dann warten wir einfach bis dieser Typ hier schon auf Shorts hochkommt und dann kriegt er erstmal ne Klatsch. Jo, das ist schon der Erste. Achtung, einer steht wieder close. Kann ich ein bisschen weiter nach rechts gehen oder so? Ja, schmeiß den unten zu close und dann nöpft er halt ne Pfand. So. So, wie es aussieht sind die anderen auf B. Hopper da. Boah, Fak 2 und Topper Topper. Topper ja. Alter, okay das muss, ey dafür kriegst du wirklich den den maximal fail Drink. Das geht gar nicht anders. Ich bin der Bombexperte. Ja, Dropper ist down. Was Flaschi an Granaten schmeißen kann ist umfassbar. Close. Close aka of Bombspot.